Willst du mich verarschen? Yo, Eddie! Du Scheiße! Die Schiefer uns! Ist das Marm? Das waren keine Schüssel. Sie hat die Lichter zerstört. Wir hätten sie kalt machen sollen, als wir reinmarschiert sind. Und da kommen sie. Finde sie. Der Sicherungskasten, wo ist der? Am Hintereingang. Dann los! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Was zum Teufel! Das war's. Oh, dieses Miststück. Scheiße. Scheiße.